Geil! River Buns Once Cold Wir sind gestrandet Geil! 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 Sinds noch was? Die Soße Sieht so schlecht aus für uns Aber so richtig schlecht Haben wir hier lang? Nee Ähm Hallo? Hä? Ah Und die Leute auch schnell laufen? Alright So Mist, wir sind zu klein Alright Was ist das? Da liegt Da liegt glaube ich ein Toter Oh Ja, das geht auch Hier ist ein Grab Ab Was haben wir sonst noch hier? Was haben wir sonst noch hier? Hm Okay, gehen wir weiter Was ist da in den Büschen? Zwischen den Bäumen Wir sind nur Wald Wir sind nur Wald Nur Wald Ein Schild Und auf dem Schild Was ist das? Oh oh Gefährliche Tiere Das ist nicht gut Geh Italien Alter Ich kann gerade kribbeln alter Alter. Was sieht das denn mal an hier? Oh oh. Oh! Oh, Alter. Was ist das denn mit mir? Ist das ein Zombie? Oh, ein Hund! Okay. Oh. 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 Okay. You don't like that. Got it. Sorry. What's he doing? Hey. What'd you find, boy? Where are you going? Wait up. Hold up. Hello? Hello? A little bit later? Looks pretty run over. But you never know. Let's look around for some food. Oh, was ist hier drin? Was ist hier? Oder mal gucken. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Es ist nicht mehr so viel von einem Tank. Ich glaube, die Schäufer entfernt. Hey! Willst du spielen? Willst du spielen catch? So viel? Okay, zurück! Good boy! Good boy! Willst du gehen wieder? Oh! Sie sind's nix? Ah! Ein Zelt! Oh! Was? Hey boy! Was ist das? Shh! We have to be quiet! We have to be quiet! Please let there be something good in there! Okay! 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 He's dead! Look! You can see the bite. Looks like he tried to cut it out. Es ist okay, wir sind smart, er ist nicht. Wir sind smarter als alle. Das sieht aus wie es tut. Blöde Zumbie-Arsch. Blöde Zumbie-Arsch. Hey, es ist okay, Junge. Shhh, er kann uns nicht schütten. Ich glaube, er hat sich gebeten. Oder hat er jemand versucht, ihn zu machen? All right, ja. Unn... Skippst du weg. ... Ey, wöch. Hm. So. Jetzt gibt's einen auf der Mütze. Näh. Äh... Wie ist es heut, der Lüch? Also. Äh, wöööööööööööööööse. sicherheitshalber gib mir erstmal das Messer hier kann man mal gebrauchen du willst nein wo ist der Zombie jetzt hin hier 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 komm hier gucken wir nochmal allein ich habe noch nicht geguckt verdorben 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 nix so was sind wir hier durch hier hier kaputt und was ist hier bumm haben wir mal hier gar nicht geguckt hier 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 frisbyscheibe hm ich nochmal schmeißen hier hier ist hier 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 fliegen hier 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 okay und schick schick Ohn Here you go Hey You don't need it all Oh What the fuck Even Fuck Let's know Well What the fuck You and ā What the fuck from Giovanni What the fuck I saw tja töt ihn jetzt der bumsseller der würde uns killen Vielleicht war es auch ein Zombiehund. Man weiß es nicht. Trickshundel, Tricksköder. Trickshundel, Trickshofer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist nicht gut und überall Zombie ist irgendwie... Äh, äh... Irgendwie... Nein, Alter, Alter, ich trink doch schon dieser Bescheid, oder? Oh! 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 Die gehen hier ab. Oh! Fett, Alter! Die gehen hier ab, ey! Die sind alle drauf, ey! Und die sind alle drauf! Oh! 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 Ich denke so! Ich denke schon! Was machst du da hier? Wo sind die, äh, die Leute, die du bist? Keine Chance, dass du so lange gemacht hast. Ich möchte sie nicht denken, dass wir nichts tun, aber versuchen, dich zu helfen. Mein Freund und ich wurden attackiert. Diese Leute haben gesagt, was sie nachher waren? Sie vielleicht haben nur ein Essen gehalten, wenn wir einen bestimmten Weasel machen. Sie attackiert dich für einen Weasel? Verdammt, das ist ein Lauf. Sie haben keine Namen, oder? Sie sind nicht nach jemanden? Hmm. Well, ich bin Luke, und das ist Pete. Hey, da. Hi, ich bin Clementine. Es ist schön, dass du dich, Clementine. Für jetzt, wir gehen dich zurück in unsere Gruppe. Wir haben einen Doktor mit uns, und du sahst, dass du ein paar... Oh, Scheiße! Was? Was ist das? Sie ist... Sie ist ein Bitt, Mann. Scheiße, 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 was werden wir hier tun? Nein, es war ein Tier. Ich habe keinen Tier, Clementine. Komm, Mann. Wir haben gerade gesehen, dass du mit den Laufern da hinten gesehen hast. Nein, nein, nur schau mal an, bitte. Ja, und du hast deine Teile in ein Petes? Keine Chance. Meine Neue? Warum bin ich der? Weil ich nicht weiß, dass ein Tier von ein Moskito, ein Laufern von ein Laufern, Mann. Es ist nicht. Mhm. Mhm. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Ist es, uh, wie sie sagt? Well, könnte ein Fisch. Hard zu sagen. So, woher diese Fisch ging? Der, der das gemacht hat? Was ist das, Pete? Serious. Ich... Ich habe ihn. Was? Was? Echt? Ein Fisch kommt, er hat dich und du ihn einfach zu töten? Was hätte du getan? Ich weiß nicht. Es hat mich... Aber noch nicht, du... du hast keine Fisch. Clementine? Ja? Du sagst uns die Wahrheit? Du siehst mich in die Augen, wenn du sie antwortest. Was denkst du? All right, Clementine. Das ist gut genug für mich. Was? Hey, das ist nicht sogar eine Antwort. Sie nicht mag jemanden, der sie eine Leer. Ich würde es nicht gerne. Ich habe eine gute Scheisse, Detektor, Luke. Das ist das, warum du niemals mit mir schreitst. Ha! Du nicht immer mit mir schreitst. Okay, wie kannst du sicher sein? Ich bin sicher, dass ich nicht bereit bin, eine kleine Mädchen in den Wald zu sterben, wenn wir einen Doktor mit uns haben, der kann einen Anruf machen. Wir können Carlos erst mal schauen. Wir können uns wirkliche Augen ausdecken. Nicht das mit der Leute. Du kannst mich daran denken. Sorry, Herr. Komm mal! Warte, geht's Was? 1, 2, 2 Warte die ist im Arsch die wurde gebissen ja ne verliert viel Blut und dadurch weniger Sauerstoff nein was sie bereits sie und ihre Freundin waren dann wurde sie von einem was? und ihr glaubt sie? sie sollte sie aus ihrer Misere da der der ich brauche ein was woth hey was das du du nicht du 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 nichts Okay, she's just scared we're all scared Luke don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story No way, she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? It's okay. Go ahead. He's a doctor Hell, that must have hurt Whatever it was, it got you good This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again No one's suggesting that. We could take her arm off I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that I would Then what everyone else agrees. You should be sure about this. You don't want to be responsible if you're wrong. Do you? This is bullshit Who's she? Sarah, what'd I say? Stay inside I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go You'll never see me again. I promise And where exactly would you go? I can take care of myself Clearly Carlos we've been through this before. We all agreed. We don't wait for shit like this. End of story So what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out Oh We wait What? By tomorrow morning if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged The curl is in bad shape, Carlos We have all that stuff inside the cap. We could probably get by it Alvin, please But yeah, we can't do nothing I'm not wasting supplies on a lurker bite If it turns out you're telling the truth I'll clean it and stitch it up for you in the morning But I'm sorry, it's the best we're gonna get They want to wait Cool Finger off the trigger, son I ain't your son Don't be like that, man It's alright We've always got this mom's temper Come on The temperament of his mother This is just a waste of time, you'll see And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning the shed My arm really hurts I don't know what to tell you except hold out the best you can We'll see what we can do in the morning If I make it until then Maybe you could get me some supplies I wish I could I really do, but it's too risky Sorry Hm 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 Ich nehme uns hier als Geisel Sozusagen Glaub ich ja jetzt nicht Was ist hier los, alter? Why are we doing that?